Ja moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal Infovideo hier, was ihr am Hintergrund vielleicht hört am Himmel. Das nennt sich Flugzeug. Sowas gibt es scheinbar noch. Ja, ich danke erstmal allen Abonnenten bei Twitch wie hier auch bei YouTube. Genau, wo wir beim ersten Thema sind, weil das hunderte Abonnenten-Special ist leider eine Stunde mit einem E-Packhorn, weil ja immer was dazwischen kann bzw. das Wetter schlecht war. Und wir wollten das Ganze mit einer schönen Tour verbinden und das ist ja momentan so eine Sache mit der Gruppe, wisst ihr ja, weil und so weiter und so fort, ne? Man dreht sich da und dreht sich eigentlich im Kreis. So, ja im Sommer ist auch noch was geplant. Mal gucken, ob das nur aufgrund der aktuellen Woche stattfinden kann oder nicht. Und zwar was Längeres mit Overnight. Aber dazu müssten die Campingplätze wieder offen machen, ja. Das ist ja momentan auch so eine Sache. So, in der 6. Schweiz haben wir auch noch nicht vorgeplant, eine schöne. Das müssen wir aber mal in der Woche machen, weil am Wochenende ist da immer sehr viel los und ja, da hast du alle 10 Sekunden dann den Cut im Video, das ist ja auch nicht in der Sache. Von daher muss das warten, mal gucken, ob das jetzt demnächst was wird. Ja, im Bereich Gaming ist auch noch was geplant. Aber dazu dann später mehr. Vielleicht schon der erste Stream dazu da hier im Archiv. Wenn das Video kommt, werden wir mal schauen. Ja, das soll so erstmal schon gewesen sein. Ja. Ach nee, zum Thema Funktechnik kommt auch noch was. Genau. Und ja, lasst euch einfach überreichen. Werden wir sehen. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Danke an alle. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.